Und bei uns geht es jetzt genau jetzt weiter mit Brandtheisen, Promi-News und bunte Live. Denn bekanntermaßen sind unsere lieben Promis ja immer wieder auf Events und Veranstaltungen eingeladen. Der Anlass ist eigentlich gar nicht so wichtig, so wie bei dieser Eröffnung eines XXL-Luxus-Steakhouses. Jetzt wird's lecker und schon kommen die Promis. Ob Schauspieler Ken Duken, Supervibe Veronika Ferres oder Annemarie Carpendale, alle sind der Einladung zur Eröffnung eines neuen Restaurants in München gefolgt. Und das ist der eigentliche Star des Abends, Fleisch. Und die Promis, die hier sind, sind alle Fans und lieben Steaks, Rippchen und Co. Oder? Nein, Fleisch gar nicht mehr. Ich war jetzt über zwei Jahre komplett vegan und seit kurzer Zeit jetzt esse ich ab und zu Fisch. Ich hab mich sehr viel besser gefühlt und es hat natürlich auch einen Effekt auf die Gesundheit. Und das Leben macht sehr viel mehr Spaß, wenn man gesund ist. Und lecker essen macht auch Spaß. Die Eltern von Veronika Ferres handelten mit Kartoffeln. Es kam eher Deftiges auf den Tisch. Wie sieht das heute aus? Muss die Familie des Filmstars auch auf Fleisch verzichten? Ich koche auch Fleisch und dann Gutes. Das ist aus der Region. Und Bio-Fleisch, auch Bio-Gemüse natürlich. Und ich hab gar kein Problem damit, das zuzubereiten für die Familie oder Freunde. Es muss einfach ein gutes Produkt sein. Und wie viel Fleisch kommt bei den anderen Promis zu Hause auf den Teller? Game of Thrones-Star Tom Vlaschiha ist doch sicher kein Kostverächter. Zu Hause esse ich sehr selten Fleisch. Einfach auch, weil ich zu faul bin, das zuzubereiten. Wir sind nicht die größten Fleischesser, geb ich ehrlich zu. Das machen wir gar nichts. Vielleicht zweimal die Woche oder so. Erstens koche ich nicht gerne Fleisch und Fisch. Das muss ich sagen. Das kann ich schlecht. Wir versuchen immer mehr darauf zu achten, dass es gesund ist, dass es irgendwie aus der Region kommt, dass es nicht sonst woher geflogen ist und dass man, ja, Fleisch reicht bei uns einmal die Woche. Dieses Paar-Scheiben-totes Tier überall drauf, das war nie meine Mentalität. Und was macht er dann hier? Aber selbst Schauspielstar Ken Duken scheint ab und zu auch herzhaft zuzubeißen. Ich habe für mich einen ganz guten Rhythmus gefunden, dass ich unter der Woche strikt bleibe und die Sachen esse, die ich für die Figur brauche. Es kann ja auch sein, dass ich mal sehr viel essen muss für eine Rolle. Und am Wochenende gibt es dann immer so einen Tag, wo ich sage, ja, mach was du willst. Essen, was man will. Ach, das klingt doch gut. Was essen denn die anderen Stars am liebsten? Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Apfelmus. Ja. Ich bin in letzter Zeit viel in Italien gewesen. Ich meine, da geht nichts drüber über die Küche. Wenn ich eine Schwäche habe, dann ist es Zucker. Also am liebsten würde ich immer nur japanisch kochen. Im Moment ist es gerade die italienische Küche, Spaghetti a la Kekka, nur mit Olivenöl und gehäuteten Tomaten, Knoblauch und Basilikum. Es schmeckt wunderbar. Und darauf kommt's doch an. In diesem Sinne, guten Appetit. Egal ob mit oder ohne Fleisch. Ich glaube, wirarer an. In diesem Sinne, das zwar sehr, 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 sehr gut ist.